Die Kunst von Wolfgang Job, filigrane Linien in Bleistift und kräftige Farbflächen in Acryl. Zwischen 1973 und 2007 hat der Modedesigner diese Werke geschaffen. 20 von ihnen sind jetzt in Berlin zu sehen. Doch eigentlich hatte Wolfgang Job früher nicht die Absicht, sie jemals auszustellen. Es hat mich sehr berührt, hier das zu sehen, denn das lagerte in meinem Giftschrank. Ich wollte es gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das war meine persönliche Erinnerung. Hier zum Beispiel mein Hund, Wolfi, mit einem engelsgleichen, sehr arroganten Wesen. Die frühen Illustrationen aus den 70er Jahren spiegeln die Modetrends von damals wieder. Hier der französische Modedesigner Yves Saint Laurent im Safari-Look. Inspiriert von Künstlern wie dem Österreicher Egon Schiele werden die Bilder immer mehr zu eigenständigen Kunstwerken. Später werden meine Arbeiten sehr viel freier und hier diese ganze Serie ist ja beinahe impressionistisch. Sie sind auch sehr rasch mit dickem Stift gezeichnet, sehr dicken Fettstift, damit ich nicht mich in Details verliere. Sehr viel früher habe ich versucht, die Details auch festzuhalten. Mit seinem Perfektionismus wird Wolfgang Joop einer der erfolgreichsten Modedesigner aus Deutschland. 1981 gründet er das Modelabel Joop, das er 2003 verkauft. Nebenbei schreibt er Bücher und gründet 2003 sein Label Wunderkind. Wolfgang Joop kehrt in seinen Geburtsort Potsdam bei Berlin zurück. Die Mode bleibt sein Hauptgeschäft. Doch bei ihm verschwimmen die Grenzen zwischen Kunst und Mode immer mehr. Vor wenigen Monaten widmete ihm die Rostocker Kunsthalle eine Solo-Ausstellung und zeigte eine seiner Kollektionen. Zurück in Berlin. Auch hier wird Wolfgang Joop als Künstler gehandelt. Gezeigt werden keine Originale, sondern 20 Fotoreproduktionen in einer hunderter Auflage. Alle handsigniert. Stückpreis 500 bis 1300 Euro. Und es wird fleißig gekauft. Ich kenne Herrn Joops Arbeiten seit einigen Jahren. Ich bin so überrascht. Ich habe entschieden, dass ich Platz in meiner Wohnung für dieses Bild habe. Und es passt genau richtig. Ich finde dieses Black Beauty sehr schön. Ich finde das wundervoll. Und vor allen Dingen finde ich es auch vom Preis her angenehm. Also es ist so, dass es gut vertretbar ist. Und es ist Joop, ja. Das Konzept kommt an. Schon nach dem ersten Tag sind mehr als 350 Werke verkauft. Der Schritt auf den Kunstmarkt. Ein Erfolg. Ich hatte ja einen anderen Schritt vor. Wusste aber nicht genau, ob ich mich damit lächerlich mache. Und Kuratoren und neue Sammler sagten, es gibt eine neue Generation von Künstlern. Und zwar nicht die, die über die Kunstgeschichte und die Retrospektive bekannt werden. Und den Hinweis auf eine andere Epoche, sondern die durch ihre Eigenart, durch ihren Glamour-Faktor, wenn man so will, bekannt werden. Maler und Modedesigner. Für Wolfgang Joop gehört beides zusammen. Eben ein echter Modekünstler. Eben ein und med Silvia.